Ich grüße euch alle ganz herzlichst heute wieder mit einem neuen Video, zu dem ich euch ganz herzlichst einladen möchte. Mein Name ist Sanara Angelika und heute möchte ich mich mit euch mal zum Thema Liebe verbinden. Die Liebe, die uns alle verbindet. Die Liebe, aus der wir kommen. Und es gibt nichts Schöneres, als die Liebe im Herzen zu fühlen. Und wir befinden uns ja gerade mal in einer sehr kritischen Zeit und da möchte ich euch heute einladen, mit mir gemeinsam ein Virus der Liebe zu verbreiten. Ja, hört sich das nicht schon wunderschön an, ein Virus der Liebe zu verbreiten. Und zwar von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Einfach die Liebe, die du in dir füllst, auszusenden. Und wenn du dann, ja, vielleicht mal schaust oder in dich hineinfüllst, wirst du merken, dass dein Herz ganz warm und weit wird. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind eine große Kette von Menschen, die sich alle mit der Liebe, mit dem Virus der Liebe, also dem Liebesvirus, verbinden möchten. Und wir verbinden uns von Herz zu Herz. Und es kommen immer mehr Menschen hinzu, die sich jetzt mit uns gemeinsam verbinden. Und wir machen es immer mehr so weit, dass sogar aus unserem Land hinaus noch Menschen hinzukommen. Menschen, die sich auch wieder mit verbinden. Und wir können es sogar so weit machen, dass wir diesen Liebesvirus von Land zu Land schicken. Dass er sich ausdehnt. Dass wirklich alle Menschen, die sich jetzt einreihen, mit diesem Liebesvirus infiziert werden. Und dieser Liebesvirus darf sich jetzt noch mehr verbreiten. Ganz um Mutter Erde herum. In jedem Land, auf jedem Kontinent, verbreitet sich jetzt in diesem Moment der Liebesvirus. Fühl mal in dich hinein. Spürst du die Wärme in deinem Herzen? Wie die Liebe mehr und mehr ausströmt? Und spürst du, wie sich über diese Menschenkette die Liebe mehr und mehr verbreitet? Ist das nicht eine wunderschöne Vorstellung, diesen Virus der Liebe jetzt zu verteilen? Ja, und lade auch du weitere Menschen ein, die sich uns anschließen und die gemeinsam bereit sind, den Virus der Liebe weiter zu verteilen, weiterzugeben, auszuströmen, mehr und mehr. Das ist meine Intention. Das kommt aus meiner Seele, aus meinem Herzen und ganz bestimmt auch aus euren Herzen. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht, wenn ihr dabei seid, genauso diesen Virus der Liebe in euch aufnimmt und von Herz zu Herz weiter verteilt. Ich danke euch und wünsche euch eine wunderschöne Zeit im Zeichen der Liebe, im Zeichen des Liebesvirus, der jetzt nichts Schöneres ist, als sich jetzt zu verteilen und wirklich alle, alle, die mitmachen möchten, infiziert. Alles Liebe, das wünscht euch jetzt von Herzen, eure Sanara Angelika. Ich bin der Liebe, das wünscht euch. Ich bin der Liebe. Ich bin der Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020